Die Nierenfunktion nimmt im Alter zwangsläufig ab. Doch ich habe hier etwas sehr bahnberechtendes entdeckt in Menschenstudien, wie man diesen Effekt stark beeinflussen kann. Doch zunächst zeige ich dir, was ihn beschleunigt. Was genauso wichtig ist zu wissen, denn das wollen wir nicht. Doch zunächst, was macht die Niere überhaupt alles bei uns im Körper? Denn das ist wirklich sehr, sehr spannend. Die Nieren sind lebenswichtige Organe im menschlichen Körper, die eine Vielzahl von wichtigen Funktionen erfüllen. Hier ist eine grundlegende Erklärung, wie die Niere funktioniert. 1. Filtration Die Hauptfunktion der Niere besteht darin, das Blut zu filtern. Etwa 20% des vom Herzen gepumpten Blutes gelangt in die Nieren, wo es durch winzige Filtereinheiten, die sogenannten Nephronen, gefiltert wird. Diese Filtereinheiten ermöglichen die Filtration von Blutbestandteilen wie Wasser, Elektrolyten, das heißt Natrium, Kalium, Calcium und so weiter, Glucose, das heißt also Zucker und Abfallprodukten aus dem Blut in eine spezielle Struktur, die aus Nierenkanälchen oder Tubulus bezeichnet wird. 2. Rückresorption Nicht alle Substanzen, die gefiltert werden, sind Abfallprodukte. Die Nieren haben die Fähigkeit, wichtige Stoffe wie Wasser, Glucose, Elektrolyte aus dem Filtrat im Tubulus zurück in den Blutkreislauf aufzunehmen. Dieser Prozess wird als Rückresorption bezeichnet und ist entscheidend für die Aufrechterhaltung des Elektrolyt- und Flüssigkeitshaushalts im Körper. 3. Ausscheidung Die Niere scheiden Abfallprodukte und überschüssige Substanzen aus dem Körper aus, indem sie im Tubulus konzentrieren und in den Harnleiter transportieren. Von dort aus gelangt der Urin in die Harnblase, wo er gespeichert wird, und dementsprechend ausgeschieden wird. 4. Regulation des Blutdrucks Die Nieren spielen eine wichtige Rolle bei der Regulation des Blutdrucks. Sie können die Menge an Wasser und Salz, die im Körper verbleibt, kontrollieren, was den Blutdruck beeinflusst. Wenn der Blutdruck zu hoch ist, können die Nieren überschüssiges Wasser und Salz ausscheiden, um den Druck zu senken. 5. Hormonproduktion Die Niere produzieren auch das Hormon Renin und Erythropoethin. Renin ist wichtig für die Regulation des Blutdrucks. Und Erythropoethin stimuliert die Produktion von roten Blutkörperchen im Knochenmark, die 99% aller Blutzellen ausmachen und die den Sauerstoff bei uns im Körper transportieren. Zusammengefasst sind die Nieren entscheidend für die Aufrechterhaltung eines gesunden Milieus im Körper, indem sie Abfallprodukte entfernen, den Wasser- und Elektrolytraushalt regulieren, den Blutdruck kontrollieren und Hormone produzieren. Eine Funktionsstörung der Nieren kann schwerwiegende gesundheitliche Probleme verursachen und erfordert in den meisten Fällen eine medizinische Behandlung. Und das wollen wir nicht. Deshalb sind wir jetzt hier auf diesem YouTube-Kanal. Doch wie beeinflussen wir unsere Niere so, dass die noch im Alter so gut wie nur möglich funktioniert? Komm, verschaffen wir uns einen Vorteil gegenüber anderen, die dies nicht wissen. Und zwar, was jetzt folgt. Denn man möchte sicher so lange wie möglich die Anwesenheit seiner Familie gesund genießen und nicht ihnen zu Last fallen. Da man ein Pflegefall ist, der gegebenenfalls verhindert werden konnte, indem man ganz einfach diesen Kanal hier schaut. Was kausal belegt ist, dass die Nierenfunktion im Alter abnimmt. Hier in GFR gemessen, das bedeutet die Filterleistung, die Filtrationsleistung der Niere genau genommen. Das hat drei Gründe, die ich euch jetzt erzähle und dann die Lösung natürlich auch dazu gebe. Punkt Nummer 1. Schaut man sich gleichzeitig an, was mit dem Blutzucker passiert im Alter, dann sieht man, dass die Glucose und der Langzeitblutzucker beide signifikant ansteigen, proportional im Alter. Doch wieso ist denn das so schlecht? Den Reaktionsweg habe ich euch hier einmal herausgesucht in dem Bild. Würde jetzt hier den Rahmen springen. Was man sieht, ja, aber, dass der oxidative Stress in der Mitte die Ursache ist für die abnehmende Nierenfunktion, die durch den steigenden Zucker im Alter verursacht wird. Zucker verursacht oxidativen Stress. Dieser oxidative Stress wiederum zerstört Zellen und dessen DNA und diese verlieren damit ihre Funktion auf Dauer. Auch in den Niere. Doch wieso steigt der Blutzucker im Alter? Das hängt vor allem mit dem langsameren Stoffwechsel zusammen, welcher maßgeblich durch drei Dinge gesteuert wird. Erstens die Schilddrüse. Daher nehme ich ein Produkt für die Schilddrüse, ja, auch wenn meine gut funktioniert. Aber damit es auch so bleibt, ja, denn da sind alle wichtigen Nährstoffe drin, damit die Schilddrüse langfristig gut arbeiten kann. Denn Prävention ist hier das Stichwort. Verlinke ich euch sehr gerne auch mal unter dem Video. Zweitens Sport. Denn Ausdauersport oder Saunieren erhöht den Stoffwechsel kurzfristig bei und nach der Aktivität. Drittens Muskelaufbau. Denn im Alter verliert man mehr und mehr seine Muskulatur. Diese ist aber entscheidend für den Stoffwechseln. Diese verbraucht ja Kalorien. Und damit auch verbraucht sie den Zucker, den überschüssigen Zucker im Blut. Zweite Ursache für die schlechte Nährungsfunktion ist der zu hohe Blutdruck. Schaut man sich diese Abbildung hier mal an, dann sieht man, dass der Pultdruck und der systolische Blutdruck steigt im Alter. Also dieser, wenn das Herz das Blut auswirft und dadurch Druck in den Gefäßen entsteht. Der Blutdruck steigt, da diese Gefäße nicht mehr so elastisch sind und dem Druck des Herzens weichen können. Was interessant ist, dass der diastolische Blutdruck aber nicht steigt. Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte? Fragezeichen? Wenn der systolische und diastolische Blutdruck weit auseinander liegen, ist das ein schlechtes Zeichen, da die Gefäße dann nicht mehr elastisch sind. Bei dem diastolischen Blutdruck ist der Druck gemeint auf die Gefäße, wenn das Herz mal nicht schlägt. Entfernt sich der diastolische Blutdruck immer weiter von dem systolischen, heißt das, dass die Gefäße sich nach dem Weiten durch den Herzschlag nicht wieder zusammenziehen, quasi ausgeleiert sind. Ein hoher systolischer Blutdruck ist aber sehr schädlich für die Niere, da immer mehr Druck auf die kleinsten Kapillare, die Filterkapillare, ausgeübt wird und dieser dadurch ausgeleiert wird. Dieser Filterapparat, das hat zur Folge, dass die Niere immer größere Partikel ungefiltert freisetzt, was zum Beispiel im Urin festzustellen wäre, durch Blut oder Eiweiß über 200 Milligramm pro Tag. In einer randomisierten, placebo-kontrollierten Studie wurde genau das getestet. Die Wirkung von Schwarzkümmel auf den Blutdruck. Die Gruppe, die den Schwarzkümmel einnahm, konnte den systolischen, wie auch den diastolischen Blutdruck statistisch signifikant senken, nicht aber in der Placebo-Gruppe. Da wir wissen, hängt die Nierenfunktion stark mit dem Blutdruck zusammen, gab es auch dazu eine randomisierte, placebo-kontrollierte Studie. Man konnte hier klar zeigen, dass der Kreatininwert, unter anderem ein Nierenmarker, der normalerweise gefiltert wird, signifikant sank in der Schwarzkümmel-Gruppe und in der Placebo-Gruppe deutlich weniger sank, wie die Proteinmenge, die ausgeschieden wurde, über den Urin, was ein Indikator ist für eine bessere Filterleistung. Denn diese wurde hier auch gemessen in GFR. Auch die Filterleistung ist signifikant besser geworden durch den Schwarzkümmel, sehen wir hier. Einfacher ist natürlich, als Öl zu konsumieren, anstatt ihn wie wild, wie ein Kamel quasi zu kauen. Wichtig ist immer der Hauptwirkstoff, Thymo-Kyno. Der muss in einem unabhängigen Labor bestätigt sein im Schwarzkümmel und als Original vorliegen, ganz wichtig, und hochgeladen sein. Ich packe euch mal meiner Meinung nach das beste deutsche, unabhängig laborgeprüfte Schwarzkümmelöl gerne in die Videobeschreibung. Lohnt sich auf jeden Fall einen Blick da mal reinzuwerfen. Drittens, die falsche Ernährung. Wie wir hoffentlich alle wissen, werden pflanzliche Lebensmittel größtenteils basisch verstoffwechselt. Tierische Produkte sind säurebildend. Das kann ich euch hier sehr leicht beweisen. In einer Studie mit Nierenerkrankten, die an einer Übersäuerung leiden, da die Niere natürlich auch den Säure-Base-Haushalt steuert. Hier sehen wir die Durchblutungsfähigkeit des Gewebes, die durch zu viel Säure natürlich herabgesetzt ist, weil die Energieproduktion nicht so von Schatten gehen kann. Ganz links die Gruppe, die nichts einnahm. Die Werte wurden immer schlechter. Bergab. Dann die Gruppe, die Natron einnahm, auch Bicarbonat genannt. Dort verbesserte sich die Durchblutung, da es stark basisch wirkt, auf den Körper und Protonen aufnehmen kann. Nur genauso stark wie dieses Natron wirkte sich Gemüse und Obst aus. Das liegt daran, dass das Stoffwechsel-Endprodukt genauso Bicarbonat ist von Obst und Gemüse, das wir ja essen sollten. Doch jetzt ist die Frage, wie viel Gemüse ist denn genug, dass die Nierenfunktion und Durchblutung maximal besser wird, vor allem im Alter und das wollen wir doch, oder? Was meint ihr? Dazu gibt es eine sehr interessante Studie, die zeigt, es ist egal wie viel, je mehr, desto besser. 2 Kilogramm Gemüse waren hier am besten in der Studie für die Filterfunktion der Niere. Das liegt nicht nur an dem basischen Endprodukt, das die Niere entlastet, sondern sicher auch an den sekundären Pflanzenstoffen und vor allem den Ballaststoffen. Denn in einer anderen Studie zeigt sich klar, dass je mehr Buterate im Stuhl sind, desto besser ist die Filterleistung der Niere. Denn Buterate sind kurzkettige Fettsäuren, die nur aus Ballaststoffen hergestellt werden können von unseren Darmbakterien. Und diese Ballaststoffe kommen klar aus pflanzlichen Lebensmitteln. Das beste Protein, was du zu dir führen kannst, für deine Niere und vor allem auch im Alter, ist Soja. Da sollte man etwas mehr die tierischen Proteine substituieren mit pflanzlichen Proteinen, vor allen Dingen Soja. Denn dieses senkte die Proteinausscheidung über die Niere sowie den Kreatininwert und den Entzündungswert bei Nierenerkrankten sind wir hier in der Studie. Zusammenfassend lässt sich sagen, Ausdauersport und Kraftsport senken den Blutzucker. Diese würden sonst zu oxidativen Stress in der Niere führen. Die hohen Blutzuckerwerte und das wollen wir nicht. Weiter Kraft- und Austauschsport und Schwarzkümmel senken auch den Blutdruck, der sonst die Filterkapillare ausleiern würde, in der Niere. Basenbildende Lebensmittel entlasten die Niere. Dazu fällt vor allem Obst und Gemüse und vor allem Gemüse so viel wie du nur kannst. Denn es liefert auch Ballaststoffe, die ebenfalls die Filterfunktion der Niere positiv beeinflussten in den Studien. Soja scheint das beste Protein für die Niere zu sein, weil es hilft, den Kreatininwert zu senken. Alle wichtigen Infos findet ihr noch in der Videobeschreibung und vor allem unabhängig laborgeprüften Produkte ebenfalls in der Videobeschreibung. Dort lohnt es sich auf jeden Fall reinzuschauen. Bis gleich auf porazell.de